Wenn Sie in der Herzer Schiene hinterkommen, der Einsatzleiter einen herbei, lassen Sie uns jetzt mal anschauen und dann schauen wir uns kurz an, wie dieser Einsatz abgebildet wird. Als erstes Fahrzeug, die da wir bitten, wird in der Strasse direkt bleiben, kommt natürlich in der Fahrzeuge mit einem Einsatzleiter. Er ist gekennzeichnet mit einem Elben Warnweste, dass jeder weiß, wer für den Einsatz zuständig ist. Der Einsatzleiter kommt nun erstens vor Ort, schaut Sie sofort die Lage an, erkundet. Er hat natürlich gesagt, ob Sie in der Fahrzeuge kommen, Sie kommen auf zu dieser Vermittlungskaison. Er hat in der Tausendbereich von der Röderungskaison versucht, noch Kontakt aufzunehmen, wenn Sie in der Röderungskaison mit der Fahrzeuge gemacht haben. Es wird natürlich auch Zeit, als Sie in der Röderungskaison mit der Röderungskaison verabschiedet werden. Es wird natürlich auch Zeit, als Sie in der Röderungskaison mit der Röderungskaison mit der Röderungskaison mit der Röderungskaison verabschiedet werden. Jetzt die ganze Lage, was ist da los, wie gehe ich das ab, wo stehe ich meine Fahrzeuge auf, so dass auch alle nachdrückende Einsatzplätze wirklich Kraft haben. Die Röderung muss hinkommen, die muss man jetzt einen Täter zu der verletzten Person rinbringen.